Oder du mit dem Essen auf mich, das ist ja kaputt Ich mach klein Und ne Akku Und klein Kugeln Kugeln Ich mach klein Kugeln Das klein Totaler, ne, noch nicht Totaler Ich den Akku vom Boss Jupp, ich geh wieder raus Zieh mich er war jetzt rutsch gar nein mach kleine boss die akku vom boss scheiße man sieht die kugel nicht auf der seite die warte auch noch jetzt nimm du den besten Ballant ab ich mache einen kleinen ich lieber auch noch hier die kugel echt nicht mehr ist das kaffee ich nehme die akku ich nehme die akku kugeln ich mache klein ich mache kifft kugeln kugeln ich mache klein machen wir jetzt die Portale mach die jetzt mach die Portale oh Laser Laser raus aus dem Laser auch kreber wir kommen nicht an es ist es ist schon es ist schon Ok. Achtung, Laser, 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 Laser. Die Helmik out of range. Bündner, wir müssen ihn gleich noch ganz in die Westecke kalten, weil er diese Mini-Laser macht. Ja. Ich nehme direkt die Akkus, zieh ihn hoch. Du hast die Akkus, zieh ihn hoch, zieh ihn hoch. Komm, Gift rauf, Gift rauf, wer hat. Vorankommen. Irgendwer in Gift. Ja, ich komm, Gift, komm. Held, der Akku, zieh ihn hoch. 17k, komm, hol den euch, hol den euch. Laser, Laser. 11k, komm. Der ist klein, deswegen hat er weniger legt. 13k. Oh Gott. Tim halt durch. Ich mach direkt klein, wenn der Laser aufhört. Ist klein, er ist klein. Komm, 9k, nehm die Akku. Gift ist drauf. Auf. Zieh die Helme, zieh die Helme jetzt. 8k. 7k. Mach klein. Laser, Laser, Laser. Let's go. Läu, ich hab noch gestorben, Alter wegen dem Legg. Gezett. Silvas ist drin. Wuppwupp. Warte, Läu. Der ist trocken kaputt, oder? Bitte? Achso, wir hätten jetzt full Loot machen sollen. Es gibt so ein Dings, dieses Pferde-Hufi ist da. Läu, für Morgana, Nightmare? Ja, ja. Nice, 10mitte schonmal. Achso. Das ist für mich, das Mad Night Pferd. Äh, ja, eigentlich wollten wir den gesamten Loot, äh, äh, einer nimmt's ein und äh, splitten wir. Lass mal den drinnen, dass wir gucken können. Lass mal den drinnen.